Die Pre-Sequel, ne? Das wollte ich so sagen. Ja. Und weiter geht's. Ne Pause. Und danach, vor unserer Essenspause, oh, er ist schon wieder. Hoffentlich kriege ich wieder... Gib Munition, gib, 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 gib. Ne. Hui. Alle springen nur gegen die Wand. Alter. Da sind die doch noch mehr Gegner, ne? Oder sind die nur alle bei dir? Weißt du, die sammeln sich so bei mir immer gerne. Autsch. Ach, da drüben. Ich liebe die Granat, Alter. Aha. Hallo, Fotze. Ich springe auf den Kopf erst mal rum. Ich hab auch von der Wand fast gesehen. Mhm. Ja, du hast auf dem rumgetanzt. Ja, ich weiß. Schon wieder ein Badass. Oh, ganz ehrlich, hier halts Maul und frisst die Granate. Ja. Aha, Feuerschaden noch dazu. Hey. Nein. Bitte. Du hast was zu tun ist, Kammer jeder. Ja. Komm schon. Ja, ich muss das mal nachmachen, das war das Problem, du Asi. Oh, Mondstein. Alter. 86 Stück. Ja, 68 Stück. Nein. Oh ja. Nein. Wo müssen wir denn hin? Nein, nicht irgendwo über uns. Ja, da oben ist das Ding. Wollt kaputt machen. So. Warum hast du dich nicht erledigt? Komm, süße. Gut so, das war's. Jetzt musst du nur noch den Energiestabilisator freilegen. Oh, ich verstehe das nicht, Liebling. Ja. Ich verstehe das nicht, Liebling. Geliehenes Lasergeschütz. Wie geil ist das denn? Ich geh mir auf den Sack damit. Oh, ich hab da keine Munizierung mehr für. Ich falle. Die mir grad voll auf den Sack, die Pisser. Wir gehen grad um die Geschütze auf den Keks. Das ist ein Penis. Eins ist schon mal down. Ach, hallo. Oh, warum krieg ich immer die Bettes eigentlich? Immer hab ich die Dinger am Arsch. Ich steh direkt vom Geschützturm. Und das drückt mir hier nicht. Und das ist schon wieder ein Vierer. Pies drauf. Jawohl. Auf den Kern oder Sonne. So von der oben. Ich komm nur nicht hoch. Fuck jetzt. Wir haben Arsch. Ruhig nachladen musst du. Ich mach immer gerne alles. Und du? Hä? Los, ich geh da. Wenn du das machst, zieh ich dir das Gehirn zu den Ohren raus und tanze auf deinem Schädel mit Schuhen aus Säure. Und wie willst du diese Schuhe anbieten? Ehrlich, du stößt Drohungen aus, ohne zu denken. Gut, starte die Triebwerks-Auswurf-Sequenz. Ja. Ich hab's aber schon. Ja, ich hab's ja schon. Oh, guck mal da. Au. Und tschüss. Ja. Hey. Boom. Und tschüss. Und tschüss. Ja, ganz ruhig. Genau genommen war der letzte Schritt gar nicht nötig, aber ich wusste es würde ihn ärgern. Und er wusste nicht. Warum nicht? Oh mein. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Ich muss die frische Beute sortieren. Geh wieder in den Kernsystemraum. Dort kümmern wir uns um das Kreisfeld des Bootsmannes. Am schnellsten geht's durch den Triebwerksschacht. Ah, okay. So. Aber wo kommt man denn da durch? Ah, hier vorne. Wo ich bin. Hier. Wie geil. Bei wem was geiles. Hopp. Ja. Fliegen. Ach, hier sind wir. Oh. Voll daneben. Ja. War eben schon auf dein Kopf drauf. Hätte aber klappen können. Ach so. Guck. Hallo. Guck. Guck. Ah. Okay. Lampi. Was? Oh. Komm, heiß hoch. Bin ja nicht so gemein. Obwohl ich die da oben nehme. Boah, ich nehme einfach beide. Eine. Arsch. Aber wie beide nehmen? Nö, meine. Du bist ein Arsch. Ich weiß. Ich dachte man kann mit dir verhandeln, ne. Aber hat schon die Waffe hat schon was. Die ist auch nur stärker als meine andere. Dann kannst du mir das eine Schatzstützengewehr da rauswerfen, was ich dir gekauft habe da. Nö. Doch. Verkauf ich. Nein, ja genau. Ich kauf's und du verkaufst es. Ja damit. Papa braucht das Geld. Was ist dein Sohn? So hier. Muditionos. Ja. Wie immer. Muditionos. Na guck mal. Können wir wieder sterben. Können wir wieder sterben. Hasei ist nicht so gekommen, wir haben gute Waffen gefunden. Okay, du Insekt. Jetzt ist Schluss. Ich schicke meinen besten Mann. Der macht dich fertig. Ja. Der heißt Pupdeck, weil er allen den Arsch aufreißt. Pupdeck. Tschüss. Pupdeck. Süße, öffne die Tür. Komm. Hi Pupdeck. Komm her. Hi Pupdeck. Hi Pupdeck. Hahahaha. 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 Was ist los mit dir mein Schatz? Pupdeck hat immer so von dir geschnallt. Oh hier ist wieder was. Ich weiß. Pistolen. Ich hab fast weiter gesprungen. Alle scheiße. Ja. Wie viel Munition hab ich denn. Ah, ich kann die alle mitnehmen. Ah, jetzt hab ich die wieder aufgesammelt. Ich hab wieder zu lange gedrückt. Pupdeck. 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 Hahahaha. 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 Hallo mein Ars. Ich komm mal rüber. Hab ein Geschenk für euch. Boah ihr Potzenficker. Wow. Der Laser geht auch wieder los. Mh. Eiss, eiss, baby. D-d-d-d-d-d-d. Oha. Ach da war einer. Jaaa. Put die wieder mal mit weg. Ach hier, weißt du was. Nimm die. Badassig. Ich geh da mal weg von den Granaten. Jaaa. Bleib einfach nur weiterhin. Meist du nicht? Auch ne Option. Wenn sie noch rüberkommen, gibst das das Maul. Ah komm her. Huiii. Tschüss. Schon wieder unten? So. Hahahaha. Rache mal hoch. Na unten. Bitte neuer Zitat. Wird ein Hauptspieleinzügen. So. Das war die Rache von eben. Jaaa. Die Rache von eben. Das war ein Granat, du Asi. Ich guck eben was war. War ein Pisser. Äh. Soll ich die alle rauswerfen? Jaaa. Da die zwei schlechten. Ja ne. Nicht gebrochen. Jaa siehste. Ach du deswegen soll ich sie rauswerfen. So. Jetzt kommst du in den Kommando. Was sind die beiden schlechten ne? Du Arsch. Na klar. Den dritten verkaufe ich auch nur. Jep. Oh oh. Das sieht nach Doppelwaffen aus ne. Bam. Granaten rummacht. Ey lass 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 lass. Ist doch gut. Jep. Mondstein. Warum hab ich nur noch 33 Stück? Also nicht. Ich hab 80. Was? Warum hab ich dir jetzt auch immer so wenig? Ne. Irgendwas ist da. Irgendwas passiert das. Warte mal. Lass mal zum Stadt. Ich hab vorne noch mal hingehen. Weil wegen. Und die Zonen aufhören und so. Hä? Und Leben aufhören. Das hat du das letzte Mal auch gehabt ne? Ja. Weiß auch nicht wodurch das kommt. Boah wie kacke ist das denn? Kann das durch sterben kommen? Nee. Bist bald mein Freund. Wenn du anders einkaufst. Lass ich dir nicht. Warten. Und verkaufen erstmal. Die verkauf ich. Die kacke kann weg. Die kacke kann weg. Die kacke kann weg. Die. Die kacke kann weg. Warte ich noch mit Feuer. Hä? 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 Warte ich wechsle eben Waffe auf Le... Weil. Hahaha. Mit. Mit Messer. Messer. Okay zurück. Bapapapapam. Okay. Bip. Bip.